hallo liebe leute und herz begangen zu einem neuen verbilder pop ja wie heute ja gesagt wollte ich ja erst noch ein paar dinge holen war blätter mit neuer ast dann wollte ich ja was besonderes bau da war richtig viel material ja ja wobei weiß andere bäume andere bäume andere blätter also können wir neue blätter plus neuer bäume machen ja 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 Vielen Dank. 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 Ja, 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 ja,